Und da sind wir auch wieder zurück zu Minecraft, das Bekloppenprojekt. Ja, davor hatte ich auch eine Stundenaufnahme wieder gemacht, weil ich immer so was mache. Und die Bienen sind fertig geworden. So, jetzt werden wir uns darum kümmern, dass wir die letzte Stufe der Bienen bekommen. Und dann hoffen wir mal, klappt alles, wie ich das gerne haben möchte. So, wie sieht es denn hier aus? Sieht bestimmt wieder alles durcheinander. Vielleicht sind die wieder am Anbau und ich weiß es nicht. Ich hätte doch mal Fenster gerne eingebaut. Das können wir aber immer noch machen. Also hier sind sie noch fleißig drinnen. Ich glaube, bei 32 Samen ist das ganz okay. Zack. Ach, na gut, komme ich ja auch hier durch. Ich muss ja eh durchfliegen, soll ja auch eigentlich kein Raum sein, wo ich öfters reingehe. Okay, wir machen einmal die hier. Mit der zusammen. Und dann machen wir eine davon. Mit der zusammen. Das ist sozusagen zwei. Davon habe die Produzien, sind die stackable. Naja, okay, stackable sind die jetzt nicht. Aber was habe ich da jetzt noch? Ich kann, glaube ich, keine Drohnen kombinieren, ne? Naja, da muss schon eine Drohne unten. Schade. Oder kann man Bäume mit Bienen kombinieren? Ähm, ist ja die Frage, wie kann man eigentlich Pollen? Kann man Pollen aus Bäumen rausziehen? Also, da gibt es nichts zu, ne? Also, dann kann man aus Pollen die DNA rausziehen. Aus Pollen kann man die Gene rausziehen. Aber aus den Dingern kann man jetzt keine rausziehen. Ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen komisch halt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da dran kommen würde. Oder dran kommen soll. Habe ich die einen Honeycomb mitgenommen? Ja, die brauche ich ja nicht. Die können auch ins Ding rein. Es geht ja um die hier. So, dann lasst sie mal produzieren. Die kleine schöne grüne Biester hier. Die andere, die packe ich mir mal vorne in die Bienenkiste rein. Ich will doch gerne dieses Sherrywood haben. Also, das ist für die äußere Hülle. Da komme ich aber schlecht zu. Ich halt keine Pollen dafür finde. Ich packe mal die auf die zweite Seite. Das ist wichtig für später. Okay. Machen wir dann... Ja, klar. Da muss man wenigstens dann gucken, ne? Ah, nee, lass mal kommen. Tower ist zu und Jotes. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erst mal um den Teil hier. Das war das hier. Das können wir vielleicht noch lassen. Aber die Flüssigkeit dann unten laufen lassen und dann den Rest... Ja. Also machen wir jetzt erst mal... Tankdezimierung. Guck mal, da könnte ich eigentlich auch... ...deine andere Idee, ich nehme einfach den Hammer. Bin ich, glaube ich, ein bisschen besser mit drin, dann kriege ich auch genauer hin. Dann brauche ich noch das. So. Noted. Okay. Sind alle soweit gefüllt. Ja, guck, die sind jetzt immer fast beim Ende. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann brauche ich eine Maschine. Dann brauche ich eine Maschine. Dann tut noch... ...dit. Stromkabel in der Küche weg. So. Du kommst weg. Du kommst weg. Ist da noch was drin, was produziert werden muss? Oh. Ähm. Ähm. Convert. Baubeutel. Ah. Wir nehmen mal zwei Tanks. Was ich glaube, da muss ich... ...wat unverschämt rauspumpen. Weil das kann ja hier nicht drinbleiben. Ist ja ein bisschen blöd. Das ist die Frage, wenn ich den jetzt... Ich lasse den mal auslaufen. Ich glaube, das Zeug kriege ich nicht mehr raus. Also den 9000. Den hätte ich gerne behalten. So, mal ab. Er ist leer. Okay. Was ist, wenn ich dem jetzt sage... ...pumpe du das bitte da raus. Ne. Ich glaube... ...nicht ganz stark drin, dass ich das da rauskriege. Gut. Macht nichts. Ist jetzt auch nicht der größte Verlust. ...in der Hinsicht. Also... ...könnt das hier noch weg. Bündün. Okay, das wäre die Maschine. Die kann ruhig... ...kann ruhig so stehen bleiben. Machen dann einfach so. Wir machen erstmal die Pipes so hin. Okay. Jetzt habe ich natürlich das hier vorne. Geben wir in den Raum rein. Woop. Ich muss auch von ein Versace beiherstellen. Ah, ich habe kein Glas. Also nicht dieses... ...Glas mit. Das hätte ich gerne dahinter gepackt. Ja, das können wir noch... ...dahinter packen gerne. Äh... ...nö, den weißen Rand. Warum? Ne, brauche ich nicht. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Brauchen wir nicht unbedingt. Äh... Ne, wir lassen es so. Ähm... ...nur das Zeichen muss ich da noch reinkriegen. Das kriege ich aber noch nicht reingepumpt, ne? Das hole ich mir noch. Ich lasse den noch offen. Also... ...zumindest den Teil, den ich brauche. Das kann offen bleiben. Lampen. Lampen. Was... ...Hingernweckzeug ist zu viel drin. Aber der Parachute, den brauche ich eh nicht mehr hier drin. Der kann eigentlich auch weg. Weil ich ja eh... ...fliegen kann. Den Rest mache ich mit Teleport. Okay. Jetzt können wir... Ja, dann lassen wir da dazwischen. Das, das, das. Da oben ist der Tank. Ja. Ich höre schon wieder eine Katze. Ich kriege ich einen Anfall. Dann... ...geht es jetzt zu der Seite. Da gehen wir... ...möch doch, baue... ...biss hier vorne hin. Ja. Gleiches Prinzip. Hier machen wir aber... ...hier müssen wir jetzt mal gucken. Das ist da in den Tank. Das wir vier haben. Auf der anderen Seite machen wir das gleich hin, nur... ...der wird kleiner. Der Rest verschwindet woanders hin. So, der wird jetzt nur so groß. Okay. Ich bin froh, dass sie sich nicht mischen. Miau. Das sind die ganz großen. Also können wir erstmal die kleinen... ...die jetzt nicht das große... ...die große Masse drin haben... ...hier es hinpacken. Aber die sind wirklich voll. Ja, die sind 100% voll. So. Jetzt kommen wir erstmal die hier hin. Ja, so hoch... ...das ist eigentlich zu viel. Das reicht wirklich. Das muss ich nicht übertreiben. Okay. Zack. Und da reicht der... ...zwischenspeichert. Dann machen wir hier Glas hin. Verbinden das alles und tut Frut. Tut die Frut, die ist dead. So. Das ist egal. Natürlich hier hin. Extract. Okay, das... Warum... ...ist denn hier so ein Ding hergekommen? Verstehe ich nicht. Aber ist egal. Ähm... Ne. Ich muss als erstes Extract... ...vergess das manchmal. Und hier auf Insert. Gut. Ah, ich brauche definitiv noch welche davon. Und die werden dann abgecovert hier. Da muss ich jetzt nicht mehr dran. So, Brüder. Ja. Dankeschön. Jetzt brauche ich hier noch ein Lad Ständblöcke. Brauche ich sowieso... Ne, hier könnte ich noch so ein... Jetzt lasse ich ruhig so. Ist okay. Okay, dann brauche ich noch Glas. Muss doch da so eine Glasfront machen. Oder so ein Glas Tank. Können so eine Glassäule machen. So eine Abmessung. Ist eigentlich ganz interessant. Und dann machen wir jetzt... Die Stromleitung. Die könnten eigentlich im Boden reinziehen. Manchmal hätte ich gewünscht, dass ich doch nicht so eine extreme Spitzsacke gebaut hätte. Weil... Deswegen. Das Ding ist nicht ohne. Da taut rein, wenn man das einmal falsch abarbeitet. Die sind wieder nicht connected. Aber dafür jetzt. Okay. Dann sollte ich mal ein bisschen... Ah, ich brauche wirklich von den Dingern erst so welche. Baubeutel, Baubeutel, Baubeutel. Ich brauche den Grau liegenden noch. Ne, da habe ich auch nur noch vier. Das ist mit Gloustone. Das ist ganz gut. Ich brauche auch von denen noch welche. Und ich brauche von den anderen noch welche. Ich glaube, da sollte man vielleicht noch ein zweites Ding anbauen. Marble. Fast fertig. 13.000 Euro, ne? Rund. 13.000 Euro. Oh, ich hatte hier noch was. Nein, ich habe noch produziert hier. Sauber. Okay. Sind das Gloustone? Das sind... Ah, die sind mit Gloustone gespickt. Das ist ganz geil. 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 Das ist ganz geil.